klar landet er der landet auf dem airfield ey da steigen bestimmt gleich drei full fulls aus die werden mich so wegbrettern jetzt sein spieler ausgelassen oder was äh der will denn 100 pro covern während der andere zum airfield geht was macht denn der er geht runter er frisst einfach ein headshot er frisst einfach ein headshot diese diese snipe ist so bad alter jungen der war so full das war so klar dass er alle pulleys kommen ja die wölfe sind bei ihm dahinter eine rende der ist auch dead der andere nein ich hab den headshot gedrückt im fullequip mann frage ist jetzt ob da noch einer unten ist von den die idee die ich hatte nach dem vanilla server war einfach mal ein bisschen damals wieder zu spielen diesmal kein vanilla sondern ein mod server und zu gucken was wir da so reißen können ich bin auf dem server gejoint es ging direkt richtig gut ab zufälligerweise ist am nächsten tag auch vcoms auf dem server gejoint und wir haben uns abgesprochen und gesagt hey lasst doch noch zusammen in der base bauen und ein bisschen hier drauf spielen wir haben jetzt zwei wochen drauf gespielt und ihr seht jetzt in den folgenden minuten was das so abgehen ich wünsche euch viel spaß und gute unterhaltung bei dem video lasst mir ein abo da leute würde mich freuen da sind die zwei leichen von denen ich gekillt habe er ist einfach c4 einfach c4 oder nicht ja nicht full aber codelock okay ne remington sniper money dafür nicht full okay nicht full aber äh der er hat es nur war noch nie die erste rausgeschossen zwei stück den letzten habe ich ein Headshot gegeben hat einfach überlebt und es mit dem Handy weg von schädigt und die was sind das für ein Ding aus sie schießen die so sorry Leute gab gerade ein kleines Problem okay ich habe jetzt einfach eine dicke Sniper ein heavy c4 was ich weiß nicht mal was damit das machen soll ah moin wie schlecht sind hier alle spieler das in der uranienmine soviel dazu als ein kilometer entfernt 100 Brot schon gelootet 77 Leben habe ich wo steht das in Zahlen da 100 steht oben das stimmt achso das mit dem not kilometer not east die Flugzeugrichtung wo es kommt und es liegt einfach auf dem auf dem Ding auf dem Deck drauf oder? da hinten dran da hinten dran ich hoffe mal dahinter weil ich habe keinen Bock da hoch zu krabbeln und Schlüssel rund ja stimmt auf die Zomysauce ja kann sein nicht wenn ich irgendwo hinrenne wo ich Schüsse renne ich fühle mich wie so ein wie so einer der nicht mehr laufen kann das fühlt sich so langsam an schnell irgendwo hin willst dann gelootet ja aber da waren eben Schüsse ja und ziemlich close war schon gedämpft oder? von wo? von wo? rechts 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 oben 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 ja ja jetzt haben wir die third person scheiße wieder Wölfe? Alter ich habe mich mit einer Flasher geworfen ah oder eine Granate eine Schockgranate oder so war das lass mal ganz kurz was zu essen machen echt? Junge ich gehe weg sorry 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 ich wollte mich nur kurz sagen ich wollte mich nur kurz sagen hast du Messe oder Manu einschicken? ne habe ich verkehrt habe ich in der Baseball aussehen getroppt so auch ganz ne scheiß wir können die vom Berg holen ich brauche mich einfach oder so warum denn? ich habe nichts gebraucht was zu essen geben ja dann komm zu mir bist du rot oder was? ja komm bitte zu mir ach so sorry ich dachte du bist erst gelber oder du willst schön was essen hier Cat Food wo? hier hier auf dem Boden was? ja da ist so viel Bäume ich sehe nichts ich bin auch rot essen und du wolltest das Fleisch nicht mitnehmen ja woher soll ich müssen dass ich kein Messer einstecken habe ich habe ja Essen einstecken aber ich ich bin immer noch oben auf dem Dach ich bin immer noch oben auf dem Dach ich bin immer noch oben auf dem Dach siehst du sie? wo? wo schießt mein Affeln? du hast eben getroffen hab ich einen getroffen? na jo einer tot? weiß es nicht ich muss noch höher man blut gespritzt ist habe ich habe posten weg jetzt habe ich schlägt euch tot weiß ich nicht als er beim gekehrt zumindest ich habe einen an den rufen ich glaube gerade zu dir zu tun um zu gucken. Zombies zu schlagen oder so. Schuss auf mich. Ne, ich bin nicht schief. Ey, hey, 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 auf was schießt du? Du hast über mir einen Baum eingeschlagen. Ey, hallo. Hallo. Ich rass so gleich aus, Digga. Dieses Game ist so verpackt, ey. Was hast du gemacht? Zombies, schießt die Zombie-Tot. Ich komme doch. Kann ich fliegen, Alter. Ich bin ein bisschen tot. Ist doch ein bisschen tot. das kann man auch wölfe bist du wach? brauchst du Stöcke? musst du mal bitte in den Swinboard nahe ich wollte mich da als offener legen wir müssen da hoch jetzt ja, ich glaube aber es ist in alle B. tot warum? weil ich eng gerade auch noch mal angeschossen habe achso, ich hab verstanden, hier sind beide tot ja, jetzt gehts hoch, Rainer willst du mit hoch oder bleibst du unten? ähm, nö, ich gucke, ich weiß nicht, wie gehts denn hoch das Gebäude? ich habe auch keinen Plan zu lang her ja, ja, durch Gespräche jetzt kommt schon wieder Wölfe einmal nur auch verjambert bestes Leben, Alter da oben machen wir jetzt Feuer wo? bei uns? ne, da oben 1,3 km da oben haben wir noch safe camp da noch einer ich weiß es jetzt schon, Mann ich weiß es jetzt schon, Mann gut sein warte, tsch, 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 tsch ja, hab ihn nice, Mann ich gehe kurz das Dach noch ja, der andere ist ja auch dort ja, der andere ist ja auch dort okay du kannst, du kannst hochkommen, die Laufelfer hoch ja, da, äh, war ein C4-Stick drin in dem Art Shop da kam, da kam ich noch rein ach ja, die Tür raus ja bis auf, machst du zu hinter dir ja, der hat extrem umgeklatscht ja, der hat extrem umgeklatscht also, die Ersers ist stark der hat so kassiert aber der Qut, hat er Glück gespielt, oder? ne, Mann gut, ich habe ihn wahrscheinlich direkt in die Fresse geschossen vielleicht war es auch Glück so, ich habe ihn nicht so gut gesehen weil es ja dunkel ist er spielt auch Ersers jo dick ne, richtig dick die ist 308, die, äh, Ersers hier also, den einmal ist das für ein Schalldämpfer? Univasa, Legion, BK Suppressor auch hier drüber Elektronik, Reparatur-Set, ist das gut? ja, jetzt brauchst du für Dings für C4 die mitnehmen am besten da ist ja noch mehr, äh, da hat er auch Nägel, C4-Stick das auch ich, das auch ja, da hat er C4-Stick ja, ein einzelnen ja, ja ich brauche ich brauche irgendeine Access Card wir müssen jetzt wir müssen jetzt unbedingt Storage bauen und jetzt nochmal zur Base vor, äh, laufen ja, mit Nägel aber ich, du kannst das Zeug nicht da reinlegen eigentlich es wird direkt geklaut ey, ein C4 und das Ding ist offen, man dann machen sie plus was ist das was ist das was ist das, was ich meine? ah treib mal Wintern ob der vielleicht andere kommt das ist gar heiß und stark aber verliebt das Spiel die ist außen was schießt die 308 hier was hat er meine Art in C4-Stick hier was schießt die hier die schießt einfach 308, die ist ja anders OP-Tern das ist nur eine Heavy weißt du ne das Wing-Kid Dropkuss C4 das ist ja anders OP-Tern die Waffen hier, man hi Sky das ist ein krankes Ding ja lass irgendwas kleines bauen also kann man das nicht wieder aufreißen? ich weiß nicht, darf man hier mehrere Basen haben als Gruppe? können wir sozusagen auch eine zweite Base noch bauen Sky, weißt du das? ist der Spieler? wo ist der Spieler? ah, hier ist der Spieler er kommt hoch ja, er kommt mit Waffe das war der 100% check meinen Namen ja, er ist Santero das war der, wenn ich oben als erstes gekillt habe ich glaube, wie weit ist es in der Glas Welt? wie OP findest du die Waffen so? äh das GAA das GAA ist anders OP ja ihr schießt euch nicht weird das GAA ja keine Ahnung, ich hab gestern die Ersers gespielt die fand ich eigentlich ziemlich akkurat beim Schießen ja, da kommt er ja, da kommt er Schüsse kam er auf den Weinen rechts ich habe den Wolf geschossen ein Wolf ja die Welt ein ich bin ich bin dann kann ich es alter da kam noch einer habe ich den aber ich glaube ich habe ihn noch geholt ja ich habe ihn noch geholt alter in rot leben mann hier kommt 1000 zombies ich weiß dir gleich kommt ihr eigener das jetzt schon naja ich gehe mal zu deiner leiche müssen wir es verbinden ich habe ich habe noch eine waffe ich kann sowieso mehrere waffen trägt der hunde unterbrotter kopf gesehen hat direkt an kopf getroffen ich studie alter ich habe nicht gefinished gehabt habe ich gesehen dass man kann zwar vergessen dass das kreuz da sein muss naja deswegen es war kein zweiter das war es nicht schlecht aber egal ich lebe hier hey wo hecken die awm dran ist es nicht da habe ich beides bei der namen müssen die nägel alle einpacken du hast keine nägel als also ok der hat eine häckler und koch gehabt so 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 So, Nägel. Ggn, weiß gar nicht was das ist, CC4, Detonator, ne, Stick, aber besser als nichts, Elektro Repair Kit, ich krieg das jetzt nicht rein, ich will ja nicht so lange da jetzt sitzen, umsortieren.